Die Polen, die polnischen Schlachtenbummler, Schmidt-Ti-Parafko. Und wir haben mal nachgefragt, sinngemäß heißt es so viel wie Schmidt-Wurst. Ja, aber keine schlechte Wurst, also die schmeckt bestimmt gut. Muss man sich darüber ärgern? Nein. Ach was, das sind ja alles Jugendliche hier, die auch ein bisschen Spaß machen. Und solange es noch so in dem Bereich ist, ich denke, da kann man drüber lachen. Und ich finde insgesamt sind sie recht...